ja leute ich bin es der julian wollte euch nochmal zeigen wie man dieses spiel spielt wenn ihr wissen wollt wie das geht da ist der ladebildschirm der lädt das spiel gerade hoch wie man sieht ja ok kurze zusammenfassung denn der rechner den ihr habt ist ja windows 8 oder windows lieben oder vista xp wir gerne hier gerne hat ist ja erst mal egal da seht ihr es ja auch schon da sind meine finger auf w a s d diese tastenkombination und ich kann auch vielleicht euch zeigen wie man auch diese lassen von mir okay da ist meine maus betätige ich jetzt das video habe ich bei meinen großeltern aufgenommen wie ihr es ja alle wisst und wie ihr es ja auch kennt mit dem video kameras oder jetzt hier fotoapparate wie ihr es gerne habt ist ja egal wäre besser ihr nehmt einen zweiten bildschirm dazu und gut da habe ich mir jetzt ein auto ausgewählt und so weiter und so weiter ja da gehen wir gleich auf den nächsten teil dazu und wir haben ja auch schon gedacht dass ihr es ja alle könnt die jetzt schon profis sind die müssten sich das video gar nicht ansehen aber die jetzt anfänger sind so wie eure freunde oder jetzt bekannte eltern und so weiter und so weiter ihr könnt euch das video hier mal annehmen wie ihr wollt schickt mir noch eine e mail an thomas-kantino-ethr-ru.de das könnt ihr gerne machen wie ihr gerne wollt ja ich habe euch ja mitzuteilen dass ich mehrere male eine aufnahme zu machen habe aber das ist ja auch nicht schlimm denn ihr könnt auch gerne machen wie ihr wollt das macht überhaupt nichts ich bin damit vollkommen zufrieden und wie ihr alle wisst ich habe ja vieles damit gemacht habe das seit ein paar jahren und 2013 habe ich dann angefangen zu spielen ich hatte das auch nicht raus wie man das spielt ich musste auch diese youtube-videos mehr ansehen um damit klar zu kommen ja aber das habe ich ja schon raus ich bin schon fortgeschrittener pc-gamer wie man so schön sagt ja ich habe damit schon begonnen und denke mir das könnte euch ja auch gefallen indem ihr youtube-videos macht wenn ihr wollt wie ihr wollt ist ja eure sache und so wie sie wollen sie können auch diese internet-nachricht bei youtube auch bestätigen oder jetzt benachrichtigen ist ja ihre sache wie sie wollen gut wir kommen dann gleich zum einsatz der einsatz wird damit dann bestätigt äh ja da kommt dann ein notruf aber wir wissen noch nicht wann da habe ich halt noch ein paar einsätze zu klären und ich muss halt ich muss dazu sagen es ist halt manchmal etwas schwierig das zu spielen aber das muss man halt damit abfinden und ähm ja diese auto kommt schon der erste einsatz ich äh habe schon damit begonnen und rase jetzt dahin und äh ja wo muss ich jetzt hinfahren und so weiter und so weiter äh ja das weiß ich auch selbst noch nicht ist ja auch egal wie ihr also wisst ich kann es auch euch nochmal erklären wenn ihr möchtet und da werde ich jetzt das blaulicht hier einschalten so für meine finger auf so f1 und f2 das bedeutet ich kann auch blaulicht eine sirene bebildigen und so wie ich jetzt hier fahre das ist ja nicht die Nacht Und ähm ja wir sehen uns beim nächsten Video wenn ihr wollt können ihr mir gerne einen Nachhalt unterlassen Und dann, wir sehen uns beim nächsten Ball. Dann, wir sehen uns beim nächsten Ball. Scheiße, warte.